so freunde ok jetzt will ich euch gleich mal jetzt will ich euch gleich mal die küche zeigen es ist zwar noch nicht komplett fertig ich sitze hier noch im wohnzimmer und gucke gerade den albana ja aber jetzt gehe ich mal mit ich bin jetzt hier im wohnzimmer wir haben hier die gardinen die mit die habe ich gewaschen weil wir alle staubig waren so jetzt seht ihr mal hier die gardinen dass ich hier die ganze dekoration ist da unten muss ich auch erst wieder drauf machen ja so jetzt gehe ich mal in die küche damit er das mal seht verflucht so pass mal auf also hier gehe ich jetzt rein hier geht es vom wohnzimmer rein in die küche so ich komme jetzt rein und als erstes gehe ich nach rechts da war vorher so ein kabuff schrank ne so jetzt stelle ich mich da mal hin da unten hat der hund sein futter so moment jetzt gehen wir mal ein stück so jetzt gehe ich mal rein den rahmen haben wir noch nicht angebracht der rahmen muss noch angebracht werden das hat rambo noch nicht fertig und die leisten sind auch noch nicht dran und hier ist eine von den gefriertruhen so hier ist der tisch wieder hier siehst du das mal nochmal so jetzt geht es hier jetzt geht es jetzt geht es hier jetzt gehen wir zum herd so und hier war vorher war hier eine spüle nebendran das ist aber nicht mehr die spüle denn die spüle die ist jetzt rechts ich gehe da mal ein stück hin verflucht so 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 damit ihr das mal seht hier ist der boden dann müssen die rennen also hier ist meine uhr hier muss auch noch was gemacht werden eine blende hier ist ja die wände müssen auch noch mal abgeschrubbt werden weil das ist nicht so einfach abzukriegen ja hier ist jetzt die spüle die ist jetzt rechts und jetzt zeige ich euch mal was wir machen müssen als nächstes ihr kriegt jetzt den herzinfarkt wahrscheinlich nebenan habe ich so ein speisezimmer und das da haben wir ja rohre verlegt und alles und das ist auch gleichzeitig das ist eigentlich die speisekammer da ist ein haufen müll da könnt ihr mal sehen da muss alles gefließt werden das ist alles feucht gewesen es muss alles gemacht naja ich habe hier gerümpel drin hier sind hier sind hier muss alles alles voller säcke hier muss alles gemacht werden ja dass dieses zimmer muss als nächstes gemacht werden das ist im moment ein bisschen hier ist die große gefriertruhe ja also hier hier war wir haben hier schon abgestaubt ne ihr glaubt gar nicht wie sehr das sagt das ist als nächstes dran und die wand von außen das wird nächsten monat gemacht so das war es erstmal damit ihr mal seht ihr seht ja ich habe hier lebensmittel gebunkert ich zeige euch mal wo ich noch lebensmittel gebunkert habe damit ihr das mal seht so jetzt gehe ich mal noch mal in die küche hallelujah so manchmal den schrank auf hier habe ich nur zucker drin und alles zucker ja so hier und hier sind noch mehr lebensmittel könnt ihr mal sehen so so ich habe hier hier ist die brot kiste ist hier müssen wir noch was machen da wird noch eine hier ist die normale kaffeemaschine hier ist die espresso maschine mein wasser kocher für mein tee hier ist meine brot hier ist meine große maschine wenn ich brot backe ich habe noch eine hier ist der toaster hier ist die mikrowelle jetzt so und dann hier an die wand habe ich bestellt kommt noch so kommt noch so ein schwarzes ding da so dran und da kommen die ganzen teile da kommt das dran und zwar habe ich das jetzt hier auf dem tisch stehen diese ganzen teile kommen da diese ganzen teile kommen da rein dran an und zwar einmal hier und einmal hier ja hier habe ich meine hier sind meine ganzen öle drei sorten öle habe ich hier wo ist denn der görkel wo ist denn der wauzi komm mal her da ist die mickey maus da ist die mickey maus so das war es erst mal